Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Vorab wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Pfingstmontag. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Artikel. Da berichtet der Verlang.com heute am 6. Juni 2022. Affenpocken, alle Verdachtsfälle negativ getestet. Bangkok, sechs Verdachtsfälle von Affenpocken in Thailand wurden am Freitag negativ auf das Virus getestet, so das Department of Disease Control, kurz DDC. Bis Freitag wurden in Thailand keine bestätigten Fälle der Krankheit gemeldet. Nach Angaben des DDC hat die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, erklärt, dass die Ausbreitung des Virus nicht vollständig kontrolliert werden kann und wirksame Eindämmungsmaßnahmen, wie die zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ergriffen werden müssen. Allerdings neigen Affenpocken dazu, sich schneller zu verbreiten, fügte die WHO hinzu. Am Freitag gab es einen weltweiten Anstieg der Fälle in Portugal 19, dem Vereinigten Königreich 11, den Niederlanden 8 und den USA 3. Die Gesundheitsbehörden überwachen jetzt die Einreisen aus Ländern, in denen Affenpocken verzeichnet wurden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums und fügte hinzu, dass Reisende aus einigen afrikanischen Ländern, dem Vereinigten Königreich, Portugal, Spanien, Kanada und Deutschland besonders aufmerksam beobachtet werden. Das DDC erklärte, dass das Ministerium für öffentliche Gesundheit Maßnahmen ergriffen hat, um mit Krankenhäusern und Kliniken in Bangkok zusammenzuarbeiten, in denen, die mit Affenpocken Infizierten behandelt werden. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das alles nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Dann habe ich einen Artikel rausgesucht von ThailandTipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post. Chachat unterstützt die Schließzeit um 2 Uhr morgens. Der Gouverneur von Bangkok, Chachat, sagte, er werde das Zentrum für die Verwaltung der Covid-19-Situation bitten, die Öffnung von Nachtclubs bis 2 Uhr morgens zuzulassen, nachdem sich die Situation in der Hauptstadt weiter entspannt hat. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, auch von derphalang.com. Iranischer Spion in Thailand vermutet. Nach Verhaftung in Indonesien steigen die Sicherheitsbedenken. Bangkok, die königlich-thailändische Polizei, kurz RTP, hat eine geheime Anweisung an die Polizei im ganzen Land herausgegeben, nach Spionen aus dem Iran Ausschau zu halten, die in der Region vermutet werden, nachdem einer von ihnen in Indonesien verhaftet wurde. Was zu Sicherheitsbedenken führte, bestätigte eine Polizeiquelle gegenüber der Presse. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war es auch schon wieder von dem News-Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.